Ihr Lieben, herzlich willkommen zum nächsten Projekt hier auf dem Kanal. The Fisherman Fishing Planet ist seit wenigen Tagen auf dem Markt und auch ich habe die Möglichkeit bekommen, dieses Game zu präsentieren und ich schaue da gerne rein, da ich Fishing Planet auch in den Anfängen des Games auch schon immer wieder gerne gezockt habe, immer wieder ausprobiert habe. Und jetzt gibt es einfach die Möglichkeit, das komplette Game in dieser Version als The Fisherman komplett zu genießen. Das Game ist jetzt frisch rausgekommen und ja, ich bin wahnsinnig gespannt. Ich habe das Tutorial schon gestartet und was ich super spannend finde, auch wenn ich eigentlich kein Konsolenzocker bin, es ist auf der Konsole rausgekommen und zwar auf der PS4 und auf der Xbox One und das ist eigentlich so ein Ding, was ich mir schon für viele Angelgames irgendwie gewünscht habe. Einfach mal so entspannt mit dem Controller hier rumsitzen, nicht mit Maus und Tastatur, sondern einfach so zurücklehnen und dann ganz gechillt, Füße hoch, einfach ein bisschen daddeln. Das ist geil. So auf dem Sofa rumfläzen, 4,50 Meter Controllerkabel mit dem Controller halt so. Ja, und dann einfach ein bisschen locker angeln. Geil. Einfach gut. Ich werde das gleich testen und ja, ich muss mich erst mal wieder hier ein bisschen reinfinden. Ich war lang nicht mehr online und es hat sich tatsächlich einiges getan in dem Game. Wir schauen da erst mal rein. Was haben wir denn? Wir haben ganz oben natürlich jetzt hier erst mal Home Sweet Home, den tatsächlich Home Sweet Home Lone Star Lake. Hier steht es tatsächlich. Wow, willkommen in diesem kleinen Stück des Himmels, den du dein eigen nennst. Ein reizendes Holzhaus am Ufer des Lone Star Lake, versteckt in der ländlichen Gegend des Paris Country in Texas. Ja, da wollen wir angeln. Da gehen wir hin. Das Tutorial schickt uns tatsächlich auch hier hin. Gucken wir gerade mal. Tag 1. Da das Wetter kälter ist, ist es besser, um die Mittagszeit angeln zu gehen, wenn die Wassertemperatur wärmer ist. Alles klar. Die Fischarten schauen wir uns noch mal eben an. Black Tail Shiner. Blauer Sonnenbarsch. Was haben wir hier? Gepunkteter Barsch. Okay. Alter, was ist das? Getüpfelter Gabelwild. Jung. Normal. Goldener Putzer. Uh, Grashecht. Sehr gut. Grashecht. Casting Spoonchert, Popper, Walker und auf Frösche. Oh, das ist schon mal geil. Man sieht auch sofort die Köder, die am besten funktionieren. Alter, wie sieht er aus? Guck mal, ein Büffelfisch. Ein Büffelfisch. Wie er aussieht. Rotohr, Sonnenfisch, weißer Crappy. Okay, das ist es. Okay, super. Super. Genau, genauere Informationen und Daten stehen schon zum Fisch quasi bereit. Und welche Köder am besten funktionieren? Kunstköder. Die Spinner. Ja, perfekt. Richtig geil, richtig geil. Also, wir gehen rein. Fischen gehen. Starten wir also. Und. Übelste Challenge. Übelste Challenge. Herausforderung abgeschlossen. Lone Star. Rang 1. Belohnung. 100 Geld. 100 Geld ist gut. 100 Geld. Immerhin. Ah. Wow. Schließen mit F1. Ich hoffe, auch öffnen mit F1. Ah. Auch öffnen mit F1. Das ist schon mal richtig gut. Bewegung. Ja, das wird wahrscheinlich doch dann auch hoffentlich auch hier mit funktionieren. Also, ich fände das gut. Ich freue mich. Also, ich mag die Dinger ja eigentlich nicht. Aber für sowas statisches wie Angeln. Also, nicht für Ballerspiele oder so, aber fürs Angeln. Mega. Was ist denn hier 1, 2, 3? Ah, das sind die Routen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Okay. 1 bis 7 Angelrouten. Egal. Wir gehen da einfach mal intuitiv rein. Ich gucke mir gar nicht so viel an. Wir testen erstmal. Okay. Das ist gucken. Oh, Halloween. Haben wir schon Halloween oder was? Okay. Ich muss doch nochmal kurz mit der Maus erstmal fürs Umgucken. Fühlt sich einfach... Ah. Es fühlt sich angenehmer an. Kommen Sie näher zum Punkt. Ja, komm doch mal auf den Punkt, Alter. Nee. Drücke E, um zu interagieren. Belohnung. Bunz. Bombox. Alter, gib mir Drogen. Aber jetzt sind die weg, oder was? Jetzt sind die weg. Jetzt leuchtet ja auch nichts mehr. Oh, das ist aber mal... Das ist doch mal schön, ey. Mit Events. Sehr gut. Ich freue mich. Guck mal, da steht schon einer. Auch eigentlich... Eigentlich genau gut, ey. Genau gut. So soll das sein. Bewegen Sie sich ans Ufer. Entlang zur Markierung. Alles klar. Guck mal, ich habe hier die Route schon in der Hand. Ich weiß gar nicht, was ich in der Hand habe. Was für ein Apparat. Schauen wir uns gleich mal genauer an. So, kommen Sie denn jetzt zum Wasser? Here I am. Mission erfüllt? Easy. Easy. Sehr gut. Also für ein Tutorial. Schön, Stück für Stück. Immer davon ausgehen. Total planlos hier ans Game rangehen. Also für jemanden muss das Tutorial ja passen, der einfach keine Ahnung hat. Das ist, glaube ich, hier ganz entscheidend. Es gibt ja zwei Arten von Währungen. Es gibt einmal die Ingame-Währung und dann gibt es die, ja, die ehemals, das ehemals Echtgeld sozusagen. Das sind jetzt die Baitcoins. Diese beiden Währungen haben wir. Advanced Fishing Lizenz. Okay, fortgeschrittene Lizenz in Texas. Bekommen oder freigeschaltet? Mission erfüllt. Großartig. Jetzt können Sie den Grundangeln. Bewegen wir jetzt von Wasser. Ja, die Grundlagen haben wir. Neue Mission. Ein guter Fischbiss hängt in der Regel vom Wetter und der Tageszeit ab. Erkunden Sie den Wetterbericht und die Bissgrafik und lernen Sie, wie Sie die Zeit im Spiel zurückwickeln, um die idealen Bedingungen zum Angeln auszuwählen. Hm, je höher die Kurve in der Grafik, desto aktiver die Fische zu dieser Zeit. Grillen. Sieht aus wie Sternanis. Okay, Grillen. Escape. Wetterbericht. Okay. Ja, genau. Hier stand nämlich schon in der Info. Bla, bla, bla. Von wegen bei kälterem Wetter angeln Sie zur Mittagszeit. Shit, jetzt habe ich es weggeklickt. Aktuell perfekte Zeit. Mission nicht mehr verfolgen. Doch, 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 doch. Ich will die Mission weiter verfolgen. Ich brauche das ja. Ausbildung habe ich hier. Perfekte Zeit. So, benutzen Sie T. Achso, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Uhrzeit, sagen wir mal 12. Zwischen 11 und 1 steht hier. Also 12, hier ist genau der Peak. Drücken wir T wie Time. Das ist natürlich naheliegend und praktisch. 12 Uhr, Zeit vorspulen. Geil. Jetzt haben wir 12. Muss ich nochmal drücken, oder was? Achso, ich muss bis 13. GG. Sorry. Wow. Okay, ich musste bis 13 Uhr. Rot Ohr Sonnenfisch fangen. Neue Mission. Ja, Mann, mache ich. Details. Okay. Rot Ohr Sonnenfisch. Halten Sie Z und Mausrad. Und wählen Sie... Ah, Z. Ah. Sofort die Köder. Und wählen Sie... Ah, cool. Es dreht so... Ah, guck mal, das sind... Bonbons, als ob ich damit angele. Aber vielleicht fange ich dadurch was Gutes. Okay, ich sammle die erstmal. Und wählen Sie die Grillen. Wählen Sie die Grillen. Hab ich. Ach, schön. Also, also ganz ehrlich. Bisher ein schön erklärtes Tutorial. Passt. Das hab ich einfach mal gedrückt. Okay. Nennen Sie Indikator. Warten Sie länger. Ja, ich warte. Genau, wird gerade schön markiert. Bereiten Sie sich drauf. Ja, 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 ja. Alter, easy. Instant. Rot Ohr Sonnenfisch. Oh, wie er mich nass macht hier. Wählen Sie behalten. Ja, ich behalte ihn. Aber ich soll ja auch, ne? In den Setzkescher. Jawohl. Zack. Achievement. Versuchen Sie fünf beliebige Fische. Ja, geil. Teichbälle dafür. Erste fünf. Ja, komm. Ab dafür. Raus damit. Schwimmer vergrößern mit Z für Zoom. Ja, komm. Noch geht er mit Augen, ne? So schlecht sind die Klüsen noch nicht. Warten Sie länger. Das ist schon mal, also es ist recht simpel, ne? Also jetzt auch so mit den Bissen. Die Frequenz ist natürlich jetzt groß. Ich sag mal, für so ein Startgewässer, um erstmal klar zu kommen, auch tip top. Aber auch der Aura, komm mal da, komm mal da. Wie ist das hier mit der Bremse? Oh, schon, schon dran. Ja, läuft, Alter. Komm, hier, next. Raus damit. Level drei. Easy. Lass ihn wie der Fischerei in Tschechien. Alter. Spinnrouten. Yeah, ne coole Camo-Weste. Und fuck nicht alles. Geil, weiter, 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 komm. Wir müssen Gas geben, ey. Abgeschlossen. Zwei von acht. Die ersten fünf Würfe, ey. Leute. Hör mal, das ist ja... Das ist ja... Das müssen wir... Das machen wir mal im Stream. Machen wir da mal an. Das ist ja... Entspannt. Entspannt. Ach so. Hier, äh... Etze hier. Testen wir mal. Jetzt hat er sofort gemerkt. Alles klar. Ist dran. Jetzt bin ich aber gespannt. Wo ist denn hier... Oh, jetzt werde ich gleich hier eskalieren. Save. Ich sehe mich jetzt schon... Hier ist Laufen. Das ist Rauf und Runner. Und wo kann ich anschlagen? Steht das irgendwo? Ich kenne die Dinger ja so wenig, ey. Ah, das ist schon Einkurbeln. Ah, das ist Anheben. Gut, 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 gut. Und komm, 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 komm. Das ist immer die beste Idee. Einfach... Einfach direkt in der Aufnahme. Live. First Try. Und jetzt? Ah, einkurbeln. Ja. Geht doch. Schön entspannt, Alter. Äh, ah, fürs Behalten. Easy. Herausforderung abgeschlossen. Ah, geil. Was, 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 was soll ich nicht vergessen? Ne. Ah, cool. Auf X ist die Zeit. Äh, abbrechen. Seh nicht, das Wetter zu überprüfen. Wie, ist die Zeit schon wieder rum? Ne, ist doch alles gut, oder? Ist doch alles gut, Mann. Ist doch alles gut, oder nicht? Guck hier. Ah, geil. Linke Maust. Cool. Ja, Mann. Erstmal gleich Füße hoch machen hier. Ah, mega, ey. Schön. Also, ich sag mal, für sowas, ne? So ne, so ne, so ne Playstation oder so ne, so ne Xbox One, könnte ich mir schon vorstellen. Das ist halt schön chillig. Riesengroßen, äh, fernseher und dann schön entspannt den Fischermann hier raushängen lassen. Uh, uh, ja, 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 guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, und in die Bremse geht auch noch, ey. Knack, 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 knack. Ja, Wolski. Oh, da gehen die XP sehr schön hoch. Ja, genau so. Genau so soll das gehen. Zeigen, verbergen den Setzcacher. Ah, okay, mit Y. Foto machen, wichtig. Wichtig, wichtig. Für den Fame. Begutachte den Fisch. RB rechts. Ah, das ist hier oben. RB rechts plus. Wie R. Ich habe überhaupt kein R. Ne, ist einfach nur RB. Okay, das ist einfach Fullscreen. Okay. Okay. Ich bin überfordert. Also ich sollte vielleicht einfach nur erstmal angeln. Ich muss ja hier ein paar Fische fangen. Zack. Aber das schon. Ich frage mich jetzt natürlich hier, wie sieht das aus mit der Bremse? Einstelle... Ah, mit dem anderen Nöpse hier in der Mitte. Diesen Kreuzding da. Aber das ist Einholgeschwindigkeit. Die kann ruhig ein bisschen höher jetzt direkt anschlagen. Aber wie stelle ich die Bremse ein, frage ich mich. Anschlagen, zack. Oder war das die Bremse? Ne, die Bremse ist eigentlich der Kreis da rechts in der Ecke drumherum. Da muss ja auch irgendwie eingestellt werden können. Puh. Wir werden... Das wäre mit dem Mausrad, oder? Ne, das ist auch Einholgeschwindigkeit. Hm. Ah. Ah, das ist links, rechts auch mit diesem Kreuzdingen hier. Okay. Nein, machen wir mal nicht zu hoch. Soll uns ja hier nicht irgendwas flöten gehen. Je höher die Bremse, desto eher... Kann es natürlich auch abreißen. Kann der Haken oder der Fisch abreißen. Das ist schon schillig. Alter, Feuer ist das schillig. Komm, da geht noch was. Die Mission machen wir auf jeden Fall noch fertig hier. Zack. Easy. Weißer Creppy, ey. Drücke B. Mach ich. Ah, Setzcacher. Bin ich ja schon jetzt? Ja, das ist mir aber hier zu frimselig, ey. Ja, das sind jetzt hier die verschiedenen Dinger. Mission. Das ist noch nicht erledigt, ne? Oder doch? Erste 5. Achso, wenn Sie den See verlassen, werden Sie für Fische bezahlt. Gehen Sie lokale Karte. Okay. Karte. Ha. Also muss ich gar nicht erst irgendwo hingehen, um die Fische wieder zu verkaufen, sondern einfach das Gewässer wechseln oder halt auf die Karte gehen. Und dann wird alles verkauft. Geil. Neue Mission. Da würde ich sagen, die machen wir beim nächsten Mal. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Musik